ja moin moin liebe leute hier ist Dietmar von tariftipp.de und dieses video hier drehe ich mit dem brandneuen honor magic 6 lite ein mittelklasse smartphone für uvp 399 euro online kriegt ihr es schon für 349 glaube ich sogar und ja es ist wirklich ein ganz schickes smartphone das könnt ihr jetzt nicht sehen aber das ist geätscht und es fühlt sich einfach gut an und es ist vor allem gar nicht mal so schwer für ein smartphone mit 6,8 zoll display und ja dieses kurze beispiel video hier drehe ich mit der hauptkamera in der maximalen videoauflösung die liegt hier bei 4k mit 30 bildern pro sekunde und ich habe das honor magic 6 lite natürlich auch schon ausführlich getestet ist wirklich ein gutes smartphone wenn ihr interesse habt am testbericht schaut mal auf diesem video kanal der test ist schon online das war es auch schon mit diesem kurzen videoeindruck ich grüße euch bis dann tschüss